Hallo zusammen, ich bin Joshua Farni, Nummer 8 vom SCB. Ich bin 18 und komme von Thun und habe die letzten vier Jahre beim SCB in den Junioren gespielt und habe jetzt meinen ersten Profivertrag für drei Jahre beim SCB unterschrieben. Ich habe noch alles mit der ersten Mannschaft gemacht, das ganze Sommertraining. Es war eine sehr harte Sommertraining, aber sehr gut. Mir bedeutet die SCB sehr viel, weil es sicher eine sehr grosse Organisation ist. Es ist ein riesiges Stadion. Und ja, früher bin ich sicher auch viel mehr zu schauen und jetzt mit Roma sicher hier vor den vielen Fans zu spielen. Und ich hoffe, es wird auch passieren in nächster Zeit. Ja, mein Ziel ist sicher, möglichst schnell ins Team zu kommen und möglichst die Saison schon einen Standplatz zu haben. Ist klar, es ist sicher nicht einfach auf diesem Niveau zu spielen, aber das ist sicher mein Ziel für mich selbst. Ja, ich würde sagen, privat bin ich eher eine ruhige Person, aber sehr lustig würde ich sagen. Und auf mich bin ich ein Zwei-Weg-Zente, würde ich sagen, wo ich fast in allen Situationen spielen kann. Ja, also ich komme halt von Thun. Aber ja, die Bände kennen sicher auch nicht schlecht. Ja, sehr gut. Also das haben wir immer geholfen, wenn ich Fragen hatte oder so. Obwohl letzte Saison, als ich ein paar Spiele hier hatte, bin ich sehr gut aufgenommen worden. Und das haben mir wirklich geholfen. Ja. 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 Das ist mir ja. Und восkiration wird, quello zu versuchen.